Mahlzeit meine Damen und Herren. Nochmal Aufnahme. Eben hat es nicht funktioniert, aber jetzt. Hoffentlich. Wir müssen nochmal in... Wo müssen wir hin? Wir haben so vieles vergessen. Aber das kriegen wir hin. Ich weiß noch nicht wie. Wo sind wir überhaupt? Genau. Wir müssen da in den ersten Stock. Hinten in die Küche. Da ist nämlich auch noch irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Aber wir sind hier im zweiten Stock, weil wir aus dem zweiten Stock irgendwo hinwollten. Ich weiß aber nicht mehr, wo wir hinwollten. Wassermann-Tür. Da haben wir noch gar keinen Schlüssel dafür. Deswegen ist das noch zu. Ah! Ich weiß, warum wir in die Küche müssen. Nochmal. Wo sind wir? Gut, links. Treppe runter. Wir sind in der Küche gewesen. Ein Raum zuvor. Und da liegt ein Schlüssel. Den haben wir nicht gesehen. Und dadurch, dass wir den Schlüssel nicht gesehen haben, kommen wir nicht weiter. Und eben war Frau Holle schon da. Ich nenne sie jetzt Frau Holle. Ha! Ha! Das ist so etwas. Das ist so etwas. Ich darf mich nicht mehr. Ich gehe jetzt. Your problem, my problem. Ich glaube hier rechts können wir rein. Ja. Tür zu! Wuhu! 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 Sie muss einmal schreien. Na kommen wir weiter. Cut! Wuhu! 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 Eine Medaille ist schon drin. Jetzt brauchen wir noch ein paar Boxen. Na wo sind wir? Wollen wir da überhaupt raus? Ist die Tür überhaupt offen? War doch sonst immer zu. Jetzt ist sie freigeschaltet. So, da ist die nächste Box. Der neuer Schutztalisman. So, rechts rum zwei Türen, links rum da. Ne, das war nicht links rum. Das könnte da sein. Könnte aber auch da drin sein. Ah, das werden wir sehen. Hier ist es. Geht es auch leise? Sehst du, hier ist die Box nämlich nicht. Okay, dann ist die Box auf der anderen Seite. Da ist noch eine. Und wieder eine Medaille. Auch eine Krähe. So rum. Alles klar. Aber da ist noch einer. Ist die auf der anderen Seite? Vielleicht. Oder das Spiel hat noch nicht gerafft, dass wir hier drin waren. Deswegen gucken wir jetzt nochmal schnell. Okay. Da ist noch eine Box. Nächster Talisman. Und eigentlich müsste man dann irgendwann speichern. Eigentlich. What? Was? Ihr könnt zurückspulen. Da hinten in der Ecke war was. Also auf YouTube. Die können zurückspulen. Auf Twitch geht auch. Hallo. Aha. Talisman. Ich möchte speichern. Ich möchte speichern. Noch ein neuer Zettel. Dieser Ort hat eine starke, schlechte Energie. Eine Kombination aus Groll und Wut ist zu spüren. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, was passieren wird. Ich fühle, dass wir in diesem Haus nicht willkommen sind. Blake Williams. Lieber Blake. Die Vermutung habe ich auch. So. Wir müssen in die Bibliothek noch. Ist das die Bibliothek? Das ist doch glaube ich die Bibliothek da hinten. Genau. Da müssen wir nämlich noch hin. Aber das schaffen wir noch. Vielleicht. Ich weiß noch nicht wie. Wir müssen speichern. Dann. Geben wir den hier speichern. Wir nehmen den hier zum speichern. Dann. Saggt. Bist du? Du sitzt da. Bist du? Du hast den hier. Du musst du in die Bibliothek. Du kannst du nicht aufge 은zeichnen. Jetzt können wir noch ins Büro Aha, ist zu Gut, gehen wir da durch Halt, Quatsch, da lang Kommen wir gleich zum Medaillon Abgabe Jupp Zwei Stück haben wir, es fehlen noch Eins, zwei, drei Okay, da raus, dann gehen wir halt da raus Ja, mei Okay 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo? Die Tür ist versperrt. Ist nicht wahr. Oh, okay. Schade. Aber das macht nichts, wir haben jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Boxen zum öffnen. Ja, da können wir mal da hingehen. Ab in den nächsten Stock. Okay. 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 Erst noch mal Speicher. Das Horn haben wir auch noch nicht gefunden. Ach shit. Stimmt ja. Edgy bitch. Ich komme von der Seite dran. Da ist die Truhe. Aber nicht von der Seite. Okay, gut. Dann noch eine andere. War hier nicht noch eine? Ne, die ist offen. Okay. Die zwei sind offen. Da steht keine. Okay, gut. Oh Gott. Haut's mich fast vom Stuhl runter, ey. Oh Gott. 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 Ich meine, da ist eine noch zu. Welcher Depp war das? Wieso hast du das, der Entwickler, so schief gemacht? Das sieht doch furchtbar aus. Na gut. Das ist sein Bier. Offen, offen, offen. Es ist nur noch eine io offen. Und das ist da hinten die. Sollte ich das mit dem Talisman probieren? komm das probieren wir das probieren wir oder darf ich nicht in den kreis treten alles halb so wild wir wussten ja worauf es ankommt nee wir wussten was es kommt das ist nur wenn ich die taschenlampe anhab probieren wir das zensur ich darf kein hinter zeigen ja wir gehen auf derselben seite wieder zurück ganz an wie rofi wenn er hunger hat zum glück ist er nicht da ja was So, mal ein bisschen die Tür zugemacht hinter uns. Ich bin mal gespannt, wie lange wir den hören. Oh, was ein Glück. Nur noch bis dahin. War weit genug. So, wo sind wir hin? Wo müssen wir hin? Äh, Stockwerk hoch müssen wir. Genau. Hahaha, wir müssen nur ein Stockwerk hoch. Wir müssen erstmal da hinkommen zu dem Stockwerk hoch. Dann können wir auch gleich die Metaille wieder abgeben. Gut, gut. Let's go. Und sie kommt uns gleich entgegen. Oder was meint ihr? Kommt sie? Die sind eigentlich viel zu laut zum Laufen. Aber gut. Könntest du mal die Tür auflassen? Meine Güte. Übernötigst Medaillen. Genau. Zwei Stück fehlen uns noch. Und deswegen gehen wir jetzt nach oben. Warte mal. Basement. Basement warm war. Ist noch nichts großartig. Okay. So, da sind wir. 1 hoch. Hahaha. Gut. Wir könnten aber auch mal kurz nochmal speichern gehen, ne? Da haben wir den Buch. Was? Was? Ach, richtig. 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 Ausgang? Ah, dann gehen wir. So, rechts. Magische Tür, dürfen wir noch nicht rein. Rechts und ab nach oben. So, rechts. So, rechts. Da ist sie. Ha, ha, ha. Direkt in die Arme gelaufen. Was muttert muttert. Hat jetzt nicht erwartet, dass er dann doch da erscheint. Oder wir sollten langsamer laufen, laufen, leiser laufen im Endeffekt. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Wollen wir eigentlich was zu verbrennen? Haben wir nicht. Okay. Vielleicht laufen wir mal leiser. So, wir sind oben. Der Speicherpunkt ist ganz links hinten. Viel zu weit weg. Beziehungsweise der da, der ist eigentlich einfacher. Also links, 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 zweimal durch, bis es nicht mehr geht. Und... ... 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 schön so rechts rum und ja durch mal gucken ob er an die schatoulle dran kommen da links ist er noch ein talismann acht talismänner haben wir jetzt schon das ist ein bisschen zu viel leute brauchen wir die wirklich alle später ah ja stimmt da hinten steht ja auch noch eine am trippenaufgang da ist ja auch noch eine noch eine jetzt nicht tatsächlich hier oben oder 100 pro ist sie gleich da ja da ist sie doch schon die türen sind zu vorbei kann ich nicht sie hat uns heute wieder extrem auf den kieker madame hat uns heute tierisch auf den kieker haben sie hat die boxen nicht genommen okay das ist nicht fair ja 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 Musst du schneller machen, ne? Wie soll ich denn das schneller machen? Oder ich sollte den Talismond verwenden? Ich glaube, ich sollte ihn mal verwenden, ne? Ach, jetzt kommt sie nicht mehr. Verschminkt! So, Boxen, Boxen an der Wand. Und geradeaus rechts, da muss man mal gucken, wie wir da an Beine kommen. Mal hier ne Box. Ja. Auf der anderen Seite der Tür. Haha, scheiße. Kommen wir da überhaupt durch? Ja, kommen wir durch. Aber hier ist auch noch einer. Und noch ein Talismond. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Talismond in der Hand gehabt, hat nicht funktioniert. Nochmal. Und? Gut. Die habe ich gehabt. Die nicht. Die nicht. Die nicht. Die nicht. Die sind nicht mehr. Die nicht mehr. Dann schminkt. Die nicht mehr. Die nicht mehr. Oh nö. Nicht ne Batterie. Was soll ich denn mit der Batterie, Leute? Talisman. Alles klar. Kurz Pause. Okay. Links, links. Ah ja, da in dem Raum. Ist das der Falsch? Links. Ist das das Falsche? Doch, ist das Richtige. Ein Schlüssel. Ein Wassermann-Schlüssel. Na super. Hau einfach ab. Ich muss... Zurück. Da ist er. Da? Ja. Ah ja, stimmt. Da ist er doch. Tür zu. Und speichern. Jetzt kann sie kommen, wie sie will. So, hier das Wassermann-Türchen ist jetzt endlich benutzbar. Das Wassermann-Türchen. Das Bad. Alter. Was? Die kommt doch gleich wieder. Können wir uns da drin verstecken? Nein. Können wir nicht. Aber sie wird sowieso gleich erscheinen. Komm, in der Zeit können wir uns umgucken. Oh. Noch ne Medaille. Komm, in der Zeit. Oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay, das war etwas verstörend. Das war ziemlich verstörend. Wie viele Medaillen haben wir eigentlich jetzt? Ich glaube nicht genug. Eine Medaille fehlt uns doch. Okay. Okay. Ich meine, eine Medaille fehlt uns noch. Oh, ist das nicht schick hier? Okay. Okay. Waren wir da hinten schon? Ja, da waren wir schon. Hier steht ja schon wieder da. Das komische Gespenst hier. Hau doch einfach ab. Was ist das? Nein. 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 Kommt uns nach. Ein Voodoo-Talisman. So, und jetzt da raus. Raus, 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 raus. Oh, fuck. Der steht doch jetzt auf. Okay. Andere Möglichkeit da drum herum zu kommen? Nein. Keine Möglichkeit da drum herum zu kommen. Wo bin ich? Wo bin ich? Wenn ich da bauliere und warte normal. Oh! Oh. Oh! hunt targeted ! wo sind wir da sind wir ach du scheiße links rechts links rechts links rechts links rechts links links geradeaus verbrenne die voodoo talismane auf fuck it wo ok rechts rechts links da durch hier drum rum ach du scheiße das klappt auch wieder nicht warte türe ist nicht wahr wir müssen da durch so weg mit dir lauf, 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 lauf jawohl sehr schön ok sie kann kommen so jetzt haben wir die voodoo talismann verbrannt haben wir den nächsten verbrannt ok wir müssen immer noch nach oben und ich weiß nicht wie wir da hinkommen wir müssen aber immer noch nach unten die medaille weg bringen stimmt wo sind wir denn zu hause? da sind wir zu hause ja das geht doch das kriegen wir schon hin ah 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 benutzt das buch ach so kann er jetzt nicht ah die muss jetzt erst wieder schreien bevor sie abhaut oh doch ist schon weg na dann so medaille da lang da lang oh das geht einfach ja mein schatz frei rum ah die tür ist zu liebe frau lass doch einfach mal diese tür hier offen wir müssen doch jetzt ständig da hin mit der nonzlos aber wir sind leer ja und eine fehlt mir noch dann habe ich eine box noch nicht gefunden dann fehlt mir irgendwo eine box dann geht's dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020 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 Brechstange fehlt uns noch. Damit wir die Luke öffnen können. Voodoo-Talisman, Medaille, Hörner, geheimnisvoller Schlüssel, Steinbock-Schlüssel, Opius-Schlüssel und noch drei Artefakte. Watt? Wieso? Waren wir doch schon drin? Warten. Untertitelung des ZDF, 2020 So, sehr verehrte Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Für diese Folge sind wir heute fertig. Ich muss mich erst mal wieder einlesen, beziehungsweise erst mal nachgucken. Was ist denn, was haben wir jetzt schon wieder vergessen? Warum geht es denn jetzt schon wieder nicht weiter? Weil, wir haben alles durchsucht. Da haben wir alles durch. Fehlt uns eine Medaille. Eine Medaille fehlt uns. Da hinten den Schlüssel. Was ist das für eine? Das ist der Steinbock-Schlüssel fehlt uns. Der Opius-Schlüssel fehlt uns für... Opius, Opius, Opius. Wo ist Opius? Der Opius. Habt ihr vorhin gesehen? Steinbock, Opius. Habt ihr vorhin gesehen? Da ist der Opius-Schlüssel. Genau, der fehlt uns nämlich auch. Aber den haben wir. Ne, das ist die Opius-Tür. Das ist die Tür. Irgendwo haben wir was vergessen. Irgendwo ist dieses Horn. Das Horn ist da. In dem Schrank. Ich weiß nur nicht, wie ich an dieses Eck von dem Schrank komme. Beziehungsweise von dem oberen Teil. Das müsste die Mini-Tür hier sein. Aber... Das ist die Tür von dem da. Aber ansonsten. Ne! Mahlzeit! Schönes Wochenende. Für die Leute auf Twitch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für YouTube. Wir sehen uns irgendwann. Mahlzeit! Schönes Wochenende.